Hallo, ich bin Clemens Stangl und bei Rosenbauer Global Product Manager für die Revolutionary Technology Fahrzeuge. Und genau die stelle ich euch jetzt vor. Die RT ist ein von Grund auf neu gedachtes Löschfahrzeug und zu 100% Rosenbauer. Fahrgestell, Kabine, Aufbau und Pumpenanlage, alles kommt von uns und wurde für einen speziellen Zweck optimiert, den Einsatzkräften die Arbeit zu erleichtern. Das gesamte Fahrzeug ist wie aus einem Guss. Das sieht man nicht nur im Design, sondern spürt man auch im Fahrverhalten. Insbesondere während einer dynamischen Einsatzfahrt. Angetrieben wird die RT von einem Elektromotor je Achse. Das sorgt für permanenten Allradantrieb und ordentlich Fahrperformance. Die Energie kommt aus Hochholbatterien, die zu einem zentralen und niedrigen Schwerpunkt beitragen. Weil der RT so kompakt gebaut ist, kommt man damit auch im Dichtüberkehr gut voran. Die zuschaltbare Allradlenkung sorgt für einen minimalen Wendekreis. Und das Fahrwerk punktet mit Einzelradaufhängung und adaptiver Luftfederung, welche vier Fahrniveaus ermöglicht. Eine Besonderheit des RT ist die vollintegrierte Kabine, die Fahrer- und Mannschaftsraum vereint. So wird die Kommunikation deutlich verbessert. Zudem ist die Kabine sehr geräumig gestaltet und man kann auch aufrecht stehen. Revolutionär ist die geringe Emissionsbelastung. Die RT reduziert mit seinem elektrischen Antriebssystem nicht nur erheblich den Ausstoß von Schadstoffen, sondern verringert auch wesentlich den Lärmpegel am Einsatzort. Mit dem RT kann also ein Großteil der Einsätze rein elektrisch abgearbeitet werden, weil das Antriebssystem für die typische Nutzung eines Feuerwehrfahrzeugs ausgelegt wurde. Und wenn der Ladezustand gering wird, weil der Einsatz doch mal länger dauert, dann eignet sich der RT dank dem Energy Backup System auch für den reibungslosen Dauerbetrieb. Ein im Fahrzeug integriertes und kraftstoffbetriebenes Stromaggregat stellt dann ausreichend Energie für Einsätze abseits der alltäglichen Routine bereit. Kurz, wie kein anderes Fahrzeug erleichtert der Rosenbauer RT dank bahnbrechendem Design und moderner Technologie und Einsatzkräften den Alltag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017